Götze zurück zum FC Bayern, Meier will die Hertha immer noch voll hassen und adios Javi Martínez. Das hier demnächst, mein Name ist Nico, Freunde, legen wir los. Aber ganz kurz bevor wir das machen, gute Nachrichten, die gestern in der OneFootball-Redaktion eingetrudelt sind. Denn in unserer 6er-Pack-Tipp-Liga hat ja Noah Kirke, dessen Name ich am Montag nicht parat hatte, am besten abgeschnitten. Der hat dieses Wochenende oder das vergangene Wochenende 21 Punkte im Tippspiel gemacht und war damit einer der beiden Besten in ganz Deutschland. OneFootballArmyBaby, das sind die wahren Fußball-Experten. Der gute Noah hat natürlich nicht alle 6 richtig getippt und deshalb kriegt er einen Trostpreis. Gemeinsam mit einem zweiten Spieler, der auch die volle Punktzahl geholt hat, also die 21, nicht die volle Punktzahl, teilt er sich 2000 Euro. So schnell kann es also gehen. Noch nicht ganz die 100.000, aber Noah, die Daumen sind gedrückt. Und nicht nur das können wir berichten, ich erinnere euch hiermit auch nochmal an unseren Merch-Newsletter. Die ganzen Sachen, die ich hier trage, zum Beispiel das hier, und ich glaube, das ist das erste Mal in den Daily News, dass ich mich umdrehe, gibt es bei uns im Shop bald. Und damit ihr nicht verpasst, wann das alles losgeht und was es alles gibt, einmal hier unten in der Videobeschreibung den Link anklicken und für unseren Newsletter eintragen. So, jetzt aber, legen wir los. Wie die Sportbild berichtet, gab es in der vergangenen Woche ein langes Telefonat zwischen Mario Götze und Hansi Flick. Flick und Götze kennen sich natürlich noch aus der Nationalmannschaft und scheinbar würde Hansi Flick Mario Götze gerne zurück zum FC Bayern holen. Der Hauptgrund dafür ist natürlich, dass die Bayern aufgrund der Pandemie nicht mehr allzu viel Geld auf dem Transfermarkt ausgeben wollen und Götze ein Allrounder ist, der der Mannschaft in der Breite eventuell weiterhelfen könnte. Doch die Bayern Verantwortlichen, allen voran Braco und Karl-Heinz Rummenigge, halten davon wohl nicht so richtig viel. Man hört, dass die beiden der Meinung sind, dass Götze viel zu viel Medieninteresse mitbringen würde für einen Spieler, der eigentlich nicht Stamm spielt. Wir erinnern uns, im Januar und Februar wollte Arne Mayer Hertha BSC gerne verlassen. Das deutsche Talent war der Meinung, dass er bei den Hauptschädtern nicht genug Einsatzzeiten bekommen würde. Damals sagte man ihm in Berlin, nein, 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 wir planen mit dir, du bist ein elementarer Bestandteil der Zukunft. Dann kam der neue Trainer Bruno Labbadia und für Mayer änderte sich nichts. Seit Saisonstart inklusive Pokal hat er 21 Minuten gespielt und ist damit so unglücklich, dass er den Transfer weg von der Hertha wohl noch dieses Transferfenster forcieren will. Sein Berater äußerte sich wie folgt, es hat bereits einen Austausch mit Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz gegeben. Mit der bisherigen Einsatzzeit können wir nicht zufrieden sein. Nach seinen langfristigen Verletzungen muss Arne jetzt wieder mehr spielen. Mit Kurzeinsätzen ist ihm nicht geholfen. So wie es im Moment läuft, ist das keine gute Situation. Dazu kommt, dass Neuzugang Toussaint im Zentrum gesetzt ist und Hertha sogar noch einen zentralen Mittelfeldspieler holen will. Wir suchen Lösungen, haben auch einen möglichen Wechsel von Arne angefragt. Ja und ehrlich gesagt versteht man natürlich die Arne-Meyer-Seite da ganz gut. Der Junge muss und will jetzt unbedingt spielen. Die große Frage ist natürlich, hat Hertha überhaupt irgendein Interesse daran ihn gehen zu lassen und wenn ja, wie viel würden sie für ihn fordern? Und ich glaube inzwischen darf ich es sagen, wir haben uns ja auch im Februar mit Arne-Meyer unterhalten und da klang es so, als gäbe es in der Bundesliga Interessenten. Auf der anderen Seite ist das eben auch acht Monate her und dementsprechend ziemlich outdated. Javi Martinez kehrt nach gefühlten 45 Jahren beim FC Bayern zurück zu Bilbao. Es waren nicht 45 Jahre, es waren nur acht. Die Basken zahlen 10 Millionen Euro Ablöse an den FC Bayern. Die hatten 2012 40 Millionen Euro für Javi Martinez überwiesen, der dann direkt im Jahr 2013 mit dem Bayern die Champions League gewinnen konnte. Und nun im Sommer 2020 nochmal, nun ist die Zeit von Javi Martinez bei den Bayern rum. In der vergangenen Saison unter Hansi Flick war er nicht mehr gesetzt. Juventus Turin hat die Rückkehr von Alvaro Morata perfekt gemacht, das wurde gestern bekannt gegeben. Morata kehrt auf Leihbasis zurück zu Juve, wo er ja schon einmal zwei Jahre gespielt hat. Die Leihe kostet 10 Millionen Euro Leihgebühr, dann gibt es eine Kaufoption von 45 Millionen Euro. Außerdem hat Juve die Option, die Leihe um ein weiteres Jahr zu verlängern. Dafür würden sie nochmal 10 Millionen Euro bezahlen und die Kaufoption würde auf 35 Millionen Euro runtergehen. Mario Mandzukic ist einer der spannendsten Spieler, die noch vertragslos sind. Mario gehört es nochmal ausgenommen. Doch das Ganze wird sich sehr, sehr zeitnah ändern. Mario Mandzukic reist zur Stunde nach Moskau, um sich Lokomotive Moskau anzuschließen. Es geht nur noch um Details und den Medizincheck. Dann wird der 34-Jährige, der ebenfalls mit dem Bayern 2013 die Champions League gewonnen hatte, zu Moskau wechseln. RB Leipzig hat einen sehr, sehr langwierigen Transfer eingetütet. Die roten Dosen bekommen Alexander Sörloth von Trabzon Spor. Dafür zahlen sie 20 Millionen Euro plus 2 Millionen Euro Boni. Die werden zu 50 Prozent aufgeteilt, also sowohl die 20 als auch die 2, an Trabzon und Crystal Palace. Die beiden Vereine, die einen Anspruch auf Sörloth haben. Und damit haben die roten Dosen endlich ihren Wunschstürmer. Luis Suárez steht jetzt endgültig kurz vor seinem Transfer zu Atletico Madrid. Nachdem es gestern als unsicher galt, als Barca ihm diesen Transfer überhaupt genehmigen würde, hat man sich jetzt auf 4 Millionen Euro Ablöse vielen 33-jährigen Uruguayern geeinigt. Jetzt geht es nur noch im Detail zwischen Suárez und Atletico. Und dann wird der gute Mann dort anheuern und die Nachfolge von Alvaro Morata antreten. Schalke 04 und die Trainerkandidaten, das wird uns noch ein paar Tage beschäftigen. Wir wissen ja seit gestern, dass Sandro Schwarz, Marc Wilmotz und Ralf Rangnick als Kandidaten gelten. Und nun kommt die FCK-Legende, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, Dimitris Gramozis dazu. Gramozis hat noch keine Erstliga-Erfahrung, hat allerdings bei Bochum diverse Mannschaften betreut und könnte also ein Nachfolger für David Wagner sein, der am Wochenende, Samstag, 18.30 Uhr, sein Endspiel gegen Werder Bremen haben wird. Das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Tschö. Tschö.